Seit 1978 ist DIBO Cleaning Systems der Hersteller und Anbieter von professionellen und industriellen Reinigungssystemen. In unserer F&E-Abteilung legen wir viel Wert und Sorgfalt auf die Forschung und die Entwicklung wirtschaftlich effizienter und langlebiger Reinigungsmaschinen, wie den Green Boiler, ein CO2-freundlicher Hochdruckbrenner. Nach einem letzten Check mit dem 3D-Zeichenprogramm bauen unsere fachlich kompetenten Mitarbeiter ihre Maschine in unserer eigenen Produktionsstätte. Eine Reihe von Kontrollen, einschließlich CO2-Ausstoß, Druck, Durchfluss und Wärme, garantieren Ihnen alle Qualitäten, die man von einer DIBO-Reinigungsmaschine erwarten kann. In Einklang mit unserem ISO 9001 Gütesiegel. Von unserem Lager transportieren wir die verpackten Produkte zu unseren eigenen DIBO-Betrieben, Händlern oder ins Ausland. Unabhängig davon, wo Sie Ihre DIBO-Reinigungsmaschine kaufen, überall genießen Sie einen vollständigen und persönlichen Service. Dank unserer langjährigen Erfahrung bieten wir eine breite Palette von Reinigungsmaschinen für verschiedene Zwecke. Unsere Kalt- und Heißwasserhochdruckreiniger, die sogar bis 1000 Bar arbeiten, verfügbar als Anhängereinbauten, eignen sich besonders für die anspruchsvollsten Aufgaben, zum Beispiel in der Landwirtschaft und im Gartenbau, in der Bau- und Reinigungsindustrie, Logistik- und Automobilindustrie. Für ein perfekt sauberes Büro- und Lagerhaus können Sie aus unserem großen und vielfältigen Angebot an Bodenreinigungsmaschinen wählen. Unsere Staubsauger und Nass-Trockensauger, Scheuersaugmaschinen, Kehrmaschinen und Einscheibenmaschinen sind Ihr zuverlässiger Partner. Wir produzieren, liefern und installieren SB-Autowaschanlagen, vollautomatische Portale und Waschstraßen für Autos, Busse, Lastwagen und Schienenfahrzeuge. Als oberes Leistungsspektrum der Autoreinigung liefern wir Ihnen auch Tankreinigungsanlagen. Speziell für die hygienisch sensible Lebensmittelindustrie entwickeln und produzieren wir Schaum- und Desinfektionsanlagen und alle Arten von industriellen Maschinen. Die Ausrüstung für die persönliche Hygiene, wie Händedesinfektion und Stiefelreinigungsanlagen sind auch Teil unseres Standardangebots. Sobald Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben, können Sie sofort mit Ihrem neuen Erwerb loslegen, da die meisten unserer Produkte aus dem Katalog auf Lager sind. Bedarf Ihr Reinigungsgerät einer Überholung? Unsere Mitarbeiter aus dem Kundenservice sind bereit, Ihnen zu helfen. In unseren verschiedenen Werkstätten führen wir die Reparaturen durch und überprüfen Ihre Maschine nach verschiedenen Parametern. Wenn Sie nicht imstande sind, zu einem unserer Betriebe oder Händler zu kommen, wird ein Kundenservice-Mitarbeiter gerne bei Ihnen vor Ort vorbeischauen. Es ist das Ziel von DIBO, hochtechnologische und innovative Maschinen zu entwickeln, bauen, verkaufen und zu warten, in einer Weise, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch verantwortlich ist. Für alle Ihre Fragen und Informationen helfen wir Ihnen gerne in einem der Service-Points in Ihrer Nähe. www.dibo.com